Ja, servus Freunde, hoch, jetzt habt ihr mich erwischt. Hier ist der Mann der guten Laune, hier ist euer gute Laune, boah euer Freunde, richtig. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Und es ist so langsam, 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 Freunde, angerichtet, richtig. Und was ist angerichtet? Hei, 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 hei. Was? Ihr wisst nicht. Natürlich wisst ihr es. Ostern, wir haben Ostern vor der Türe stehen. Freunde, alle die jetzt in den Osterurlaub fahren, kommt's gut an, fahrt's bitte vorsichtig. Und feiert schön im Namen der Familie. Ohne Streit, ohne Gewalt, lasst's die Kinder erfreuen bei ihren kleinen Geschenken, bei ihren kleinen Eiersuch-Aktionen. Feiert ein bisschen zusammen. Habt Spaß. Genießt die Tage. Und, ja, genießt es einfach. Macht es gut. Ich sag Servus. Und ihr werdet mehr sehen, denn ich geh für euch wieder auf die Gas, auch zwischen Ostern. Und wenn's regnet, werd ich nass. Bis dahin, sagt der gute Launeboy, piep, piep, piep. Ich hab, wie immer, euch alle mega, mega, mega lieb. Und ich grüß auch international. Und dann ist es mir auch Pieps, Pups, Patz, Wurst. Egal. Was jeder von mir denkt. Wenn er was Schlechtes denkt, dann denkt er eben anders, als ich denk. Bis dahin, denkt da mal drüber nach. Piep, piep, piep. Ich hab euch lieb. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Und, ciao. Kuckuck.